Hi und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Freunde, ein Jahr lang ist hier nichts gekommen. Ein Jahr lang ist aber tatsächlich auch der liebe Felix mittlerweile bei uns, bei TPA Media. Wir machen heute eine Folge zum Thema Kurzvideos, Reels. Und das ist deshalb so spannend und deshalb sitze ich heute auch nicht alleine hier, weil Felix selber Creator ist. Seit anderthalb Jahren, du hast quasi wirklich mit diesem Kurzvideo-Hype, als das Ganze angefangen hat, gestartet, über 250.000 Follower. Und ja, vielleicht kannst du ganz kurz auch nochmal sagen, so was hat dich dazu bewegt damals und wie läuft es jetzt gerade? Also im Endeffekt, das war damals halt eine Wahnsinnszeit. Im ersten Lockdown 2020 habe ich mir damals schon TikTok runtergeladen und gemerkt, okay, dieses Kurzvideo-Ding, da geht was. Da gibt es so viele Creator, die es eben davor noch nicht gab, in dieser starren Instagram-YouTube-Welt, wo man immer dieselben Gesichter gesehen hat, sondern da kommen ganz, ganz viele neue quasi hochgeschossen. Und da habe ich das Potenzial erkannt, habe dann aber ganz lange mich nicht überwinden können zu posten. Das hat dann ein Jahr gedauert, dann im 2021 habe ich angefangen und so ging das dann relativ schnell. Ich habe meine Psycho-Tipps gemacht über psychologische kleine Tipps und Fakten und dann sehr, sehr schnell ganz gut Reichweite damit aufgebaut. Ja, mega, mega cool. Und das, wie gesagt, Leute, ist eben auch der Grund. Wir wollen heute darüber sprechen, Reels, Kurzvideos, als wirklich die Möglichkeit momentan auf Social Media. Felix und ich bauen jetzt seit einem Jahr zusammen Brands bei TPR Media. Ist auch ganz spannend, psychologischer Background. Passt eigentlich auch perfekt, wenn es um das Thema Branding geht. Und vielleicht für alle Leute, die jetzt auch länger nicht am Start waren, einmal zur Definition. Also wenn wir über Kurzvideos sprechen, dann meinen wir sowohl Reels sozusagen auf Instagram, wir meinen Shorts auf YouTube. Und bei TikTok sind es, glaube ich, TikToks einfach. TikToks. Womit das Ganze angefangen hat. Und das ist einfach für euch, dass es in dieser Folge darum geht, wie kann man damit Reichweite aufbauen? Was bringt das? Wie kann man Mitarbeiter, Kunden gewinnen? Wie machen wir auch bei TPR Media das für unsere Kunden? Und auch das natürlich immer spannende Thema, kann man eigentlich Geld damit verdienen? Spoiler an der Stelle, kann man. Und damit auch zum ersten Kapitel, nämlich wie haben Kurzvideos jetzt eigentlich alles verändert? Du hast gerade gesagt, du hast selber damit gestartet. Bei mir beispielsweise war es so, ich erinnere mich noch, auf diesem Kanal kam ein Video, wo ich gesagt habe, LinkedIn und TikTok wird das nächste große Ding. Und wer hat danach nicht LinkedIn und TikTok gemacht? Ich tatsächlich. Ich weiß noch, ich hatte den Banjoomer hier, als ich meine ersten in so einer Challenge auf TikTok 100.000 Follower gemacht habe. Hat er sogar gesagt, er hat damals dieses Video gesehen und hat zu seinem Businesspartner gemeint, ey, der Torben meinte, das wird das nächste große Ding. Lass da voll reingehen. Jetzt hat er mittlerweile 2,2 Millionen Follower. Aber ich selber habe nur bis 100k dann auch wieder aufgehört. Warum hast du damals durchgezogen? Oder warum hast du das? Du hast ja einen Tick später angefangen. Nicht direkt als TikTok kam, sondern eigentlich so ein bisschen später. Aber dann durchgezogen. Hast du jetzt 210.000? Genau. Also im Endeffekt, das ist halt genau die Sache. Ich habe das bei anderen gesehen, wie schnell man plötzlich Erfolg haben kann. Was früher hieß so, hey, wenn du dir einen YouTube-Channel, einen Instagram-Channel aufbauen willst, dann musst du dir erstmal Jahre Zeit nehmen und erstmal kriegst du gar kein positives Feedback und dann musst du deine Videos nur für dich machen und dich verbessern und so weiter. Und ich habe gesehen, hey, das muss nicht sein. Das kann auch relativ schnell gehen. Und habe dann im Dezember 2021 gestartet, habe zwei Videos am Tag gepostet und habe aber dann tatsächlich, mein viertes Video hat gleich über 300.000 Aufrufe bekommen. Und dann war das der Punkt, wo ich angefixt war, wo es dann wirklich losging sozusagen. Habe dann 10.000 Follower in 11 Tagen aufgebaut und die 100.000 auf knapp über drei Monate. Also ich habe einfach so schnell dieses Feedback bekommen. Und das ist halt das, was einen dann immer wieder weiter motiviert. Du machst dann sofort deine ersten Fans sozusagen, ganz, ganz viele Follower, die du aufbaust, kriegst super viele Kommentare, auf die du eingehen kannst. Und das ist das, was einen dann letztendlich dabei behält, dass man dann immer durchzieht und weitermacht. Jetzt, finde ich, teilt sich diese Veränderung nochmal in so zwei Chapter auf. Ich selber sehe immer dieses Thema Nutzer generierter Content eigentlich so als die erste Phase. Das heißt, für alle, die auch diesen Kanal hier schon ein bisschen länger verfolgen. Ihr wisst, ich glaube, seit, weiß ich gar nicht, fünf Jahren oder so mache ich auf Social Media, nicht nur bei YouTube, Content zum Thema Social Media Strategien, Branding, Markenaufbau. Und da war es beispielsweise immer so, wir haben auch im Vorgespräch kurz drüber geredet, YouTube war immer so ein Ding, startet das wirklich ganz zuletzt. Thumbnails, Greenscreen, du brauchst eine gute Kamera, ein gutes Mic, du brauchst dieses, jenes, der Algorithmus, du wirst gleich noch ein bisschen was dazu sagen, der mag tendenziell auch lieber große Creator, etablierte. Und dann kam so dieses Thema auch mit TikTok, okay, mit deinem Handy kannst du eigentlich den ganzen Content machen. So auf einmal, klar, wir haben jetzt hier wieder, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben nicht drei Handys aufgestellt, wir haben wieder die DigiCams, das Shure Mic und so weiter. Kommen wir später auch noch drauf, wie sich auch das wieder natürlich geschifftet hat, mittlerweile, was die Qualität angeht. Aber mit einem Handy Content zu machen, das war völlig neu. So Nutzer generiert und das hat natürlich auch diesen Charme von, okay, es ist aus dem Moment. So man hat jetzt nicht irgendwie ein großes Skript oder so, sondern ich mache einen Vlog. So ich fange an, ich setze mich ins Auto, die Tür klemmt, ich filme das, ich fahre zum Baumarkt, ich hole mir Zeug, ich gehe nach Hause, ich baue das auf. So das ist halt dieses Raw, wie man teilt das mit Freunden bei WhatsApp, nee, jetzt machst du ein TikTok drauf und das kriegt dann 400, 500 Tausend. So das ist für mich so Phase 1 gewesen. Und Phase 2, du hast da so ein eigenes System, was du bei uns auch immer erklärst, ist ja quasi von diesem Social Graph hin zum Interest Graph. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, weil ich glaube, das ist super spannend für die Leute. Also das ist im Endeffekt, man muss sich da den Wandel der Algorithmen anschauen und das ist auch das, man kann von TikTok halten, was man will, aber die haben die komplette Social Media Welt durch die Änderung ihres Algorithmuses so auf den Kopf gestellt. Also weil wir hatten, ganz, ganz früher war der Punkt, da ging es gar nicht um Algorithmen. Da ist einfach chronologisch im Feed angezeigt worden, was gepostet würde, Facebook von ganz früher. Das war dann irgendwann nicht mehr, muss ich immer denken, das Ziel einer jeden Plattform ist, einen Menschen möglichst lange in der Plattform zu halten, weil sie dann ganz viel Geld machen können, weil sie Werbung ausspielen können, so. Und dann ist halt der Punkt, wie schafft eine Plattform, dass Menschen möglichst lange in der Plattform bleiben? Und dann kam irgendwann der sogenannte Social Graph. Diese Graphs sind quasi die Spielregeln, nach denen die Algorithmen spielen und die entscheiden, was wird dir jetzt auf deiner Startseite ausgespielt? Und der Social Graph war dann der Punkt, wo es darum ging, wie viele Kontakte hast und mit wie vielen Menschen von einer Person, dessen Content dir angezeigt wird, bist du vernetzt? Also wenn du quasi ganz, ganz viele Kontakte hast und ganz, ganz viele gemeinsame Kontakte mit Personen, die Person, die postet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dir der Beitrag angezeigt wird. Was natürlich dazu führt, dass Menschen, die ganz, ganz viel vernetzt sind, ganz viele Follower haben, Freunde haben etc., am meisten ausgespielt werden. Logisch. Und da gibt es aber ein Problem bei dem Ganzen, weil, wie gesagt, Ziel immer die Maximierung der Zeit, die du auf der Plattform verbringst. Und ich habe immer das plakative Beispiel, mit dem man es ganz gut erklären kann. Angenommen, du bist jetzt eine Veganerin und bist auf Social Media aktiv. Stell es dir einfach mal kurz vor. Unangenehmes Szenario, ja, okay. Und dein Onkel, der ist Metzger und der ist da voll im Game drin und liebt Content über seine Arbeit zu posten. Jeden Tag postet er sein Fleisch, seine Arbeit, Behind the Scenes etc. Und du heißt das überhaupt nicht gut. Aber laut Social Graph bist du mit deinem Onkel, du hast 40, 50, 100 gemeinsame Kontakte. Der Social Graph denkt, okay, gemeinsame Kontakte, ganz viel vorhanden. Sein Content muss für dich relevant sein. Spielen wir mal die ganze Zeit aus. Führt aber dazu, dass du angeekelt aus der Plattform verschwindest und nicht mehr da bist, um Werbung zu sehen, was die Plattform nicht möchte. Und da ist TikTok hingegangen und hat das Ganze geändert und hat gesagt, hey, es ist doch viel, viel wichtiger, was die Person interessiert, anstelle mit wem ist die Person vernetzt. Da sind fairerweise Algorithmen noch immer besser geworden mit der Zeit. Und TikTok ist dann hergegangen und hat anhand deines Nutzerverhaltens, sprich, wo verbringst du deine Zeit? Welche Videos schaust du bis zum Ende? Watch Time, wichtigster Faktor Nummer eins. Und mit was interagierst du? Likes, Kommentare, Teilen, Speicher. Und anhand dieser Faktoren kann TikTok und mittlerweile auch jede andere Plattform in einem gewissen Maße sehr, sehr gut herausfinden, wofür interessierst du dich eigentlich wirklich? Was hält dich in der Plattform? Und das ist dann das, was dazu führt, dass du quasi dich wiederfindest, dass du drei Stunden auf TikTok scrollst, ohne gemerkt zu haben, wie die Zeit vergeht quasi. Und das ist halt wiederum der große Punkt. Jetzt kannst du als Creator mit 0,0 Followern direkt eine riesen Reichweite aufbauen, wenn du Videos machst, die von einer gewissen Zielgruppe viel geschaut werden und mit denen viel interagiert wird. Und deshalb ist es möglich, mit dem ersten Video oder mit dem vierten Video in meinem Fall hunderttausende Aufrufe zu machen, weil es nicht mehr darum geht, wie viele Kontakte hatte ich vorher. Das ist ein super spannender Punkt, auch deshalb, weil du sagst gerade, TikTok hat das ja quasi groß gemacht und etabliert. Aber Instagram hatte den Ansatz ja auch schon, nur sie haben es nicht weiterverfolgt. Du hast das Beispiel mit dem Ermetzger und dem Veganer jetzt gebracht. Das beste Beispiel, warum damals bei Instagram der chronologische Feed abgeschafft wurde, sind, so blöd es klingt, alte Freunde. Du bist mit jemandem in den Kindergarten, bist zur Schule gegangen. Die haben wir alle noch bei Facebook, diese Leute. Und das ist auch der Grund, warum wir selten bei Facebook sind. weil wenn du dadurch die Pinnwand scrollst, dann hast du immer so, also wenn ich da durchscroll, habe ich das Gefühl, ich bin 50 oder so, weil die fangen wirklich schon an irgendwie so, also nichts gegen Leute, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin und so, aber die posten da ihr Wohnmobil und sowas. Und das war der erste Grund, warum man diesen chronologischen Feed abgeschafft hat, weil man gesagt hat, naja, wenn du jetzt deinen Arbeitskollegen oder Schulfreunden, das ist ja nicht unbedingt, was dich interessiert. Und dann haben die ja den Algorithmus gebracht, nur TikTok hat das natürlich ins Extreme geführt. Also TikTok hat ja auch mehrere Klagen damals gehabt, da habe ich auch schon öfters drüber geredet, weil der Algorithmus so extrem ist. Also ihr müsst euch vorstellen, das, was Felix gesagt hat, das macht ja voll Sinn. Na, es kommen Werbeanzeigen, du bist in der App. Das Ding ist nur, beispielsweise, jemand hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, ist gerade ein bisschen traurig, hat ein Breakup, Beziehung ist vorbei. Dann ist es bei zum Beispiel Instagram gewesen, natürlich hast du Content gesehen, womit du irgendwie connecten kannst, Leute, die auch einen Breakup hatten, die drüber sprechen. Du hast eben auch ein paar andere Sachen gesehen, mal einen Comedian, mal Sport, mal ein bisschen Kochen. Und TikTok war es auch noch und hat gesagt, nee, wenn einer einen Breakup hat, will er nur weinende Menschen und will nur Leute haben, die auch in dem gleichen Mut sind, weil Spiegelneuronen und Verbindung. Und das hat natürlich oftmals dazu geführt, dass Leute depressiv oder eben noch schlimmere Dinge passiert sind. Also dieses Extreme. Aber auf der anderen Seite, wenn du es sagst, klar, ein Video posten, 400.000, das letzte Mal, als ich auf diesem Kanal ein Video hochgeladen habe, war das nicht möglich. Also ganz, ganz wenige Ausnahmen, externer Traffic, du warst beim Bachelor oder so, hast ein Video gemacht, aber das hat wirklich TikTok mit diesem extremen Algorithmus rausgebracht. Was uns zu Chapter 2 bringt, nämlich, okay, jetzt haben wir die Kurzvideos, warum funktioniert das so gut, warum halten die sozusagen auch die User in der Plattform. Jetzt war es aber so, dass beispielsweise, nachdem TikTok so viral damit gegangen ist oder man selber auf TikTok und die Plattform auch, natürlich die anderen nachgezogen haben. So, YouTube hat Shorts gebracht. Das muss man sich halt auch mal überlegen. YouTube natürlich immer die Vormachtstellung gehabt, was Videos angeht und sieht auf einmal TikTok über mehrere Monate, ich weiß nicht, ich glaube sogar über ein Jahr, monatlich mehr Downloads im App Store als YouTube. So, und die Leute, und das natürlich auch zu benennen, immer weniger Aufmerksamkeit aufgrund von TikTok. Da sind wir mal ganz ehrlich, der TikTok-Algorithmus und diese For-You-Page, die hat vieles verändert. Ich bin am Rechner gesessen früher, ich gucke mir ein 30-Minuten-Video an, ich bin sehr gespannt, wer dieses Video hier sieht. Ich mache mir Notizen dabei. So, jetzt die Leute, ein Video, zwei, drei, raus. So, nächste Situation, du sitzt auf Toilette, Hose runter, eins, zwei, drei, vier, sitzt eine Minute länger dort, gehst wieder weg. Jetzt gibt es ja sogar Autoscroll bei TikTok. Also du drückst und der scrollt für dich alleine, du brauchst gar nichts mehr machen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass wir immer weniger aufnahmefähig sind. So, wer guckt wirklich noch ein 30-Minuten-Video? Wer noch da ist, gerne mal in die Comments schreiben. Und jetzt ziehen die anderen nach. Das heißt, YouTube kommt und sagt, okay, warte, es funktioniert so gut, wir kriegen gerade auch weniger Views auf unsere Long-Videos, wir bringen Shorts. Also wenn einer hier Video dominiert, dann sind wohl wir das. Und Instagram sagt, okay, Bilder funktionieren nicht mehr. Wir brauchen jetzt natürlich auch Video-Content, weil größter Parameter oder größte Prämisse für alle ist natürlich, wir wollen die Leute auf unserer Plattform. So, bei Instagram, nur noch Bilder. Du bist, ja, ich like ein, ein, zwei Mal. Aber was catcht, sind eben diese Kurzvideos mit den krassen Hooks. Kommen wir spät noch drauf. Also wie ein Kurzvideo aufgebaut sein sollte. Und dann haben jetzt also sozusagen alle Big Player Kurzvideos gehabt. So, YouTube, immer diese Connection zu Google mit natürlich auch der Suchmaschine. Instagram, immer so überlegt, okay, Reels, Bilder, wir dürfen jetzt auch nicht den Bildern die komplette Retrack nehmen. Haben sie dann eine Zeit lang gemacht, sind jetzt zurückgerudert. Wo der Head of Instagram, der Adam Massary, gesagt hat, okay, wir pushen auch wieder Bilder. Und YouTube zieht es natürlich stringent durch, hat tatsächlich momentan sogar am meisten Views auf Shorts, weil ich kann es selber bestätigen, die einfach massiv gepusht werden. Also von eine Million Views am Tag, die wir gerade machen auf dem Main-Kanal, sind 920.000 von Shorts und 80.000 vielleicht von Long-Videos. Das heißt, die aktuelle Strategie ist, dass man eigentlich unbedingt Kurzvideos machen muss, also du hast keine andere Möglichkeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich starte nur mit Long-Videos und Podcast, schwierig. Du musst selbst davon dann zumindest irgendwie Kurzvideos rausziehen, nimmst sie einmal auf und cross-postest überall. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz sagen, bei dir, du hast jetzt mit TikTok angefangen, wie hast du dann diese Transition gemacht zu, ich poste das auch bei Insta und bei YouTube? Also im Endeffekt bei mir war das ein zeitversetzter Start, was gar kein blöder Ansatz ist. Also ich habe quasi dann ein halbes, dreiviertel Jahr später angefangen, die YouTube Shorts zu posten. Das ist ja ein super Planungstool bei YouTube und habe dann eben eine super Masse an Content gehabt. Und das wird ja auch immer belohnt von Plattformen, wenn du quasi ein regelmäßiger Creator bist, der wirklich richtig Output liefern kann. Und habe so quasi aufgeholt mit drei Videos am Tag, drei Kurzvideos, weil ich habe ja die ganzen alten TikToks, waren fertig geschnitten, waren sowieso extern geschnitten, nicht in der Plattform selbst, was da ein großer Erfolgsfaktor ist, wenn man recyceln will. Und so hat das wunderbar funktioniert. Und dann habe ich sehr, sehr schnell auch auf YouTube quasi die 10.000 Follower geknackt, in zwei Monaten glaube ich, aus genau dem Grund, weil ich drei Videos pro Tag posten konnte, die trotzdem ja einen gewissen Qualitätsstandard hatten. Ja, das haben viele gemacht an dieser Stelle. Also zum Beispiel René Schmock hat irgendwie 5.000 TikToks mit dem auch letzte Woche geredet. Der lädt jetzt hoch. Die Lara hat glaube ich auch auf TikTok angefangen, hat jetzt irgendwie über 560.000 Follower in einem Monat bei YouTube gemacht, weil eben dieses, ich poste nicht nur eins oder zwei, sondern ich poste mal direkt bei YouTube gehen bis zu 20 am Tag, weil ich ja eh diese 5.000 Videos habe. Okay, also das heißt, Kurzvideos, kommen wir nicht drumherum. Wie würdest du das jetzt bewerten, so ein Kurzvideoaufbau? Zum Beispiel aus diesem Podcast, wir schneiden Snippets raus, das ist vielleicht mal so hin und her, aber gib den Leuten gerne mal so ein Overview, wie bauen wir auch vielleicht für unsere Kunden typischerweise ein Short auf, was jetzt wirklich extra aufgenommen wird für die Plattform. Also im Endeffekt, da das ist eben aus diesem ganzen Weg, den wir jetzt beschrieben haben, ist genau das entstanden. Die Videos, die ganz anders aufgebaut sein müssen. Also ich war 2019, ein halbes Jahr in Los Angeles, war da auf so einer Filmschool quasi, habe Grundlagenkurs im Filme machen, Videografie, Skripte schreiben etc. Und wie du da gelernt hast, diese klassische Videografie-Filmwelt, wie ein Video aufgebaut sein muss, ist einfach nicht das, was in der Kurzvideowelt funktioniert. Da lernst du, du hast ein Intro, erstmal das Setting wird etabliert, alles baut sich auf, es steigert sich, du hast kurz vor Ende den Climax, den Höhepunkt und dann flacht es wieder ab. Und die Zeiten sind einfach vorbei, weil so ein Ding keine Aufmerksamkeit bekommt. Da habe ich den Nutzer im Kopf, der abends hier auf der Couch liegt, sich von seinem Handy noch ein bisschen berieseln lassen will und der von Video zu Video swiped. Das bin ich nach 24 Jahren. Tatsache. Und im Endeffekt hast du maximal ein bis drei Sekunden Zeit, einen Menschen zu überzeugen. Wenn der in drei Sekunden nicht gehuckt ist, wie man so schön sagt, dann ist der weg. Deshalb ist das auch der Part, der wichtigste eines Videos, die ersten ein bis drei Sekunden, die sogenannte Hook, in der du einen Menschen überzeugen musst, dass er das Video schaut und zwar im Bestfall bis zu Ende, weil das ist ja das Ziel, das du hast, die Watchtime von 100% oder sogar noch mehr. Und das ist ganz spannend, weil dafür gibt es bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen und ich finde auch hier wieder einen sehr, sehr schönen Vergleich, den ich da immer gerne bringe, auch wieder die Parallele zur Filmwelt zu bringen. Du kennst bestimmt irgendwelche Serienfolgen, die so starten, dass du eine super spannende Szene direkt zu Beginn hast. Breaking Bad. Über die Verfolgungsjagd beispielsweise. Und du weißt noch gar nicht, was passiert gerade. Du kennst noch gar nicht die Charaktere, aber es ist gerade einfach super spannend. Du bist schon so gefesselt von dem Ganzen und dann ist kurz bevor es sich auflöst, ist ein Schnitt und dann steht da fünf Tage zuvor. Genau. Klassiker. Ist wirklich genauso bei Breaking Bad. Diese Szene, wo die mit diesem Wagen rausfahren, Drogen kochen, Polizei kommen, er steht auf der Klippe und dann, es fängt an. Und das ist das Kurzvideo-Konzept und das erkläre ich anhand dessen immer so gern, weil das genau das Beispiel ist, wie es sein muss. Du hast einen super spannenden Einstieg, der direkt catcht und der neugierig macht auf das, was am Ende sein wird und genau das musst du schaffen. Attention, Retention, wie man so schön sagt. Also du musst Attention, du musst Aufmerksamkeit bekommen in den ersten ein bis drei Sekunden und du musst die Retention Time erhöhen, du musst den Zuschauer dazu bringen, dass er bis zum Ende bleibt. Audio-Clickbait. Ganz genau. Quasi. Und da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Das ist immer, wenn ich Videos von Kunden von uns bewerte und anschaue und wir herausfinden, warum sind die jetzt nicht so viral gegangen, wie sie sich das gewünscht hätten. In 80% der Fällen liegt es an den ersten ein bis drei Sekunden. Also hier auch Tipp für jeden, der gute Kurzvideos machen will, hier die meiste Zeit drauf verwenden. Das ist einerseits das Gesagte, also man kann doch die Worte irgendwie neugierig machen auf das, was im Video kommt, gerade bei meinem Format, Erklär-Content etc., wie viele Coaches und so weiter das auch gerne machen. Es ist oft eben einfach das Gesprochene. Es kann aber auch das Visuelle sein. Es kann irgendwas super Auffälliges sein, was einfach uns Menschen gleich dazu bringt, dass wir sagen, okay, was passiert jetzt hier? Schnelle Bewegungen ziehen immer richtig gut. Also alles, was irgendwie schnell ist, das ist einfach, da sind wir auch wieder psychologisch quasi von Urzeiten drauf geprimed. Wenn irgendwas eine schnelle Bewegung ist, dann ist da unsere Aufmerksamkeit drauf. Das kannst du als Creator auch für dich nutzen. Das kann auch das Auditive sein, irgendwelche Sounds, die du nutzt etc. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die darauf ab sind. Aber im Endeffekt, das Ziel ist immer, die Aufmerksamkeit zu catchen und zu bekommen und dass der Mensch bis zum Ende bleibt. Okay, dann haben wir ja sozusagen die Hook. Das heißt auch so, ich habe jetzt beispielsweise ein Video gemacht über meine YouTube-Einnahmen von Shorts. Ich würde jetzt im ersten Satz niemals sagen, ich habe damit 3.200 Euro verdient, weil sind die Leute weg. Das heißt, du sagst beispielsweise am Anfang, ich habe 83 Millionen Views und piep, damit verdient. Dann kommt sozusagen das weitere Geflecht, führe uns da gerne auch nochmal durch und ganz am Ende im besten Fall natürlich die Auflösung. Ganz genau. Also ähnliches Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Video, was bei mir super funktioniert hat zum Thema Gelenke knacksen. Ich bin immer der, der mit seinen Gelenken irgendwie knackst. Ganz, ganz viel. Ich kann das mit so ziemlich jedem Gelenk. Weird Flex an der Stelle. Okay, ja. Und da ist oft so, dass man ja gesagt bekommt, das ist super schädlich und ungesund und manche sagen, das ist gar nicht schädlich. Also ein bisschen so ein Thema mit Mass Appeal sagt man auch, also wo quasi viele Menschen Interesse daran haben. Jeder kennt irgendjenen, der knackst oder man ist selbst diese Person. Und deswegen habe ich ein Video dazu gemacht, ist Gelenke knacksen eigentlich schädlich? Und habe dann nicht gesagt im zweiten Satz, kein Stress, ist nicht schädlich. Und übrigens, hier sind zwei Studien dazu, so nach dem Motto, sondern ich habe so eine polarisierende Hook zu Beginn, wo ich selbst geknackst habe mit meinen Gelenken und dann eben diesen Einstiegssatz gesagt habe und habe dann die ganzen Studien aufgezählt, erst mal erklärt, wie das abgelaufen ist, dass ein Wissenschaftler 20 Jahre lang täglich nur mit der rechten Hand geknackst hat, mit der linken nicht und so weiter und erst gegen Ende gesagt, so und übrigens, dabei ist rausgekommen, dass zwischen rechter und linker Hand kein Unterschied war und es nicht schädlich ist. Wenn ich das vorweggenommen hätte, wären alle mit der Kerninfo, dem Mehrwert des Videos, nach 20 Prozent des Videos schon weg gewesen. Und das ist nämlich ein sehr guter Übergang zum Hauptteil des Videos. Wenn wir jetzt die ersten drei Sekunden gemeistert haben, dann muss im Hauptteil Mehrwert kommen. In so einem Fall ist es die Information. Ich gebe die Information, ist Gelenke knackst und schädlich oder nicht? Sprich, der Zuschauer ist, nachdem er das Video geschaut hat, schlauer als davor. Er hat ein bisschen mehr gelernt sozusagen. Das ist ein Faktor, wie du Mehrwert gibst. Zweiter Faktor, Emotion. Also sprich, du bist danach im Bestfall in einer besseren Emotion. Es funktioniert auch andersrum. Man kann eine negative Emotion weil du vielleicht Angst gehabt hast. Okay, ich knack selber viel. Okay, und er sagt mir jetzt, warum das doch nicht schädlich ist. Richtig. Also im Bestfall mit positiven Emotionen funktioniert es sehr, sehr gut. Sprich, der Person geht es danach besser als davor. Es gibt Formate, die nur das machen, die nur auf Emotionen gehen. Klassisches Beispiel Comedy. Mir geht es irgendwie vielleicht nicht so gut. Ich bin gelangweilt, was auch immer. Ich schaue mein Video, ich lache, meine Stimmung ist besser, ich bin erheitert. Mehrwert. Das ist die zweite Form des Ganzen. Ist aber auch zum Beispiel sich verstanden fühlen. Das war, ich habe meine Masterarbeit ja auch darüber geschrieben und da war eigentlich Kernergebnis, auf TikTok möchte man Authentizität im Vergleich zu dieser Instagram-Perfektion. Instagram ist gefühlt jeder, jede Woche im Urlaub und jeden Tag geil essen und so weiter und auf TikTok möchtest du dich verstanden fühlen. Und das ist auch das, was sehr, sehr gut funktioniert. Sprich, wenn du ein Problem, wenn jetzt beispielsweise jemand ist heartbroken und sieht, ah okay, es geht nicht nur mir so, es geht vielen anderen auch so und die Person beschreibt das vielleicht oder man sieht, wie es dir selbst nicht gut geht, dann fühle ich mich dadurch, auch ironischerweise auch ein bisschen besser, dass ich sehe, ich bin nicht allein. Auch das ist eine Form von Emotionsmehrwert. Definitiv. Und die dritte Form ist Inspiration. Das ist die stärkste, aber auch schwierigste zum Umsetzen. Das klassischste Beispiel sind Rezeptvideos. Ich sehe ein Rezeptvideo, ich speichere mir das ab, ich mache das am Abend nach, das Rezept ist super lecker, ich mache das sogar noch öfter. Also sprich, ich habe jemanden inspiriert durch meine Videos, dass er wirklich handelt. Also er macht etwas, was er davor nicht gemacht hätte, wenn er das Video nicht gesehen hätte. Es kann auch eine Motivationsrede sein, dass jemand im Fitnessstudio sich anmeldet durch ein Video und so. Und das ist die stärkste Form, weil das steht in eine ganz starke parasoziale Beziehung, sagt man auch in der Psychologie. Sprich, es ist quasi, ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele, ich schaue auch deine Videos ja schon seit vielen Jahren, man hat so ein bisschen das Gefühl, man kennt dich, obwohl man dich noch nie zuvor gesehen hat. Und das ist diese parasoziale Beziehung, die durch Inspiration ganz, ganz stark gestärkt wird. Und einer dieser drei Faktoren, im Bestfall, machst du eine Kombination aus den dreien mit einem Video und dann hast du eigentlich die komplette Formel für ein virales Video. Mehrwert und Hook ist aus meiner Sicht, es gibt noch viele weitere Faktoren, Call to Action am Ende und so weiter, dass man dann auch mehr Follower dadurch kriegt beispielsweise. Aber die wichtigsten Faktoren und da gibt es natürlich viele Unterkategorien für diese Faktoren, aber das Wichtigste ist die Hook und der Mehrwert. Ich finde auch zwei Dinge, die mir gerade eingefallen sind, auch sehr spannend. Ist wahrscheinlich eine dieser Unterkategorien, die du da jetzt erstmal so rausnehmen würdest. Aber gerade, wenn man sich jetzt auf Kurzvideos spezialisiert, dieser Pattern Interrupt oder wenn etwas passiert, das ist auch oftmals bei TikTok, passiert das tatsächlich zufällig oder mir ist das schon zufällig passiert. Ich kann ein, zwei Beispiele nennen. Ich habe mal mit einer Freundin so einen Comedy-Clip gedreht am Fahrstuhl und das ist also ganz klassisches Ding. Ich war der Pizzabote, sie nimmt die Pizza entgegen und ich sage guten Appetit, sie sagt gleichfalls und dann so, oh Gott, jetzt habe ich den gleichfalls, der isst ja jetzt gar keine Pizza. So und das Video haben wir online gestellt, ist übelst abgegangen, ich weiß nicht, 2,9 Millionen nach ein, zwei Tagen oder so und dann gucke ich irgendwann in die Kommentare und ich dachte so, ey, so krass war der Comedy-Clip jetzt auch nicht und die ganzen Top-Comments waren, jo, was ist das für ein Fahrstuhl, der in die Wohnung fährt. So und das ist natürlich überhaupt nicht daran gedacht und das wird dann natürlich von vielen Leuten auch genutzt, dass zum Beispiel im Hintergrund fällt was runter, jemand läuft durchs Bild und du willst wissen, wer ist das. Ich habe ein Video gemacht zu diesem Kaugummi-Automaten, da haben wir es ganz bewusst eingesetzt, ich auf diesem Tisch, packe die Euro drauf, die einzelnen, wie sagt man da nicht, Euro-Taler, Münzen, die Euro-Münzen und eine Münze war halt eine ausländische und dann geht ganz kurz der Pfeil drauf und dann sage ich und einmal wurden wir gescammt und jeder will natürlich wissen, was ist das für eine Münze, das wird nicht aufgelöst, also musst du es wieder und wieder gucken oder ein Loop beispielsweise, was ja auch viele einbauen, genau und das ist das Ding und was ich jetzt noch spannend finde oder noch ergänzend kurz sagen wollte, ist, es geht jetzt nicht darum, aber das könnte man so ein bisschen denken, dass man die Leute jetzt extra lange im Video halten will, obwohl das irgendwie eigentlich das Ergebnis du irgendwie extra so nach hinten katapultierst, sondern das Ding ist natürlich auch, du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch oftmals der Mehrwert, also das Ergebnis alleine ist vielleicht gar nicht entscheidend, sondern du willst die Erklärung haben und seitens der Plattform, jetzt könnte man ja denken, okay, dann mache ich nur 5-Sekunden-Videos, aber seitens der Plattform ist es natürlich so, je länger du die Leute hältst, desto mehr wirst du natürlich belohnt. Ich sehe das immer wie eine Business-Partnerschaft. So, guck mal, die ganzen, also nehmen wir Meta oder nehmen wir Google oder nehmen wir auch TikTok, wer steckt da eigentlich in der ByteDance? ByteDance, genau. Das sind die Überunternehmen und wenn man jetzt dem Felix Reichweite gibt, dann ist das eigentlich wie so ein, ey, wir haben eine Partnerschaft, ich gebe dir kostenlos Reichweite und du hältst die Leute in der App, damit wir Werbung machen können. Und so muss man das sehen. Das heißt auch sowas wie konstantes Posten, durchziehen, Family-Friendly sein und so, das ist wie ein Geschäftsverhältnis. Das ist so wie, wenn wir jetzt einen Kunden haben und wir schicken einen Mitarbeiter hin und der verhält sich irgendwie dem Kunden gegenüber schlecht, dann ist das genau so ein Bruch, sage ich mal, wie hier, wenn wir jetzt auf einmal mit einem Video, weiß ich nicht, was Family-Unfreundliches machen oder wenn wir sozusagen die Leute irgendwie um die Nase herum führen und am Ende haben sie schlechte Emotionen, gehen raus aus der App. Genau, also das zum Thema Aufbau. Du hast gerade schon gesagt, man kann es sehr viel weiterführen. Ihr könnt gerne mal Leute in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr häufiger Lust, dass wir mal so ein bisschen Deep Talk machen über das Thema Social Media. Genau, aber das einfach mal so dieser klassische Aufbau. Was uns auch zu Chapter 3 bringt, das ist an der Stelle auch das Letzte, nämlich okay, jetzt haben wir damit Reichweite, aber kann man auch Geld verdienen. Und da wollen wir euch einfach an der Stelle mal so zwei Dinge vorstellen oder eigentlich diese zwei Wege. Für die meisten kommt wahrscheinlich der erste Weg, sag ich mal, in Frage. Das ist bei unseren Kunden beispielsweise auch so. Diese Reichweite ist natürlich cool und es gibt auch viele Möglichkeiten, gerade bei TikTok. Ich kann jetzt jeden Trend mitmachen, ich kann Lüb singen, ich kann tanzen und so weiter. Das Problem ist, wenn du nicht gerade Sänger bist oder eine Tanzschule hast, bringt dir diese Reichweite nicht unbedingt etwas. Das heißt, informativer Content wird ja auch immer mehr gepusht. Das ist ja auch was, was so ein bisschen mit diesem Wandel passiert ist. Dadurch, dass man jetzt Reichweite bekommen kann, vielleicht auch mit Nischenthemen, hast du viel mehr Möglichkeit, auch Educational Content, sag ich mal, an Leute zu bringen, die es wirklich interessiert. Und wir fahren diese Strategie natürlich oft, um einfach für die Leute Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Also wir können das auch mal so sagen, TPA gibt es jetzt seit 2017 und tatsächlich jeder, der mit uns arbeitet, also auch Kunden, Mitarbeiter, eigentlich ist alles aus diesem Kosmos entstanden. Und das ist also für mich immer wieder faszinierend. Man macht so ein paar Jahre Social Media Content, man baut natürlich auch eine Marke auf, um okay, der redet über Branding, der redet über Social Media, jetzt bist du zum Beispiel an Bord, machst auf einmal auch Social Media Tipps. Und da kommen wirklich so viele Leute auf uns zu, dass wir eigentlich noch nie so diese klassischen Werbeanzeigen von wegen, ey, wir bauen deine Brand gemacht haben, sondern wenn dann mal eine Werbeanzeige, und ich bin da auch ganz offen, wir haben Werbebudget seit 2017 für TPA noch nicht 10.000 Euro überschritten. Also wir haben noch nie, also ich würde sagen, wenn wir einen Workshop promoten oder so, Matthias ist zwar der Zahlentyp, aber ich würde sagen, 2.000 bis 3.000 Euro ist das Maximum, was wir je ausgegeben haben. Alles andere kommt organisch. Wir haben in unserem letzten KI-Workshop, wie viele Leute waren live? 670? Sowas, genau. Ja, 670 Leute und davon sind 80% über organischen Traffic. Naja, das heißt, all diese Strategien sind jetzt nicht nur dafür da, Reichweite und cool, die Leute feiern ein oder irgendwie sowas, sondern darüber wird verkauft, darüber werden Mitarbeiter gefunden und, das ist auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob wir es nennen können, aber wir haben ja auch gerade einen Kunden bei uns aus dem Pflegepersonal, der gerade auf, kann man darüber reden, oder? Ich denke, ja. Ich glaube, die sind cool damit, die sind auf TikTok aktiv. Wie viele Follower haben die jetzt gemacht? Haben jetzt 18.000, glaube ich, als ich zuletzt gestellte. Das ist immer jedes Mal, wenn man schaut, mehr. Ihr seid knapp über einen Monat die Videos, die besten mit 2-3 Millionen aufrufen, wirklich regelmäßig über 100.000 Aufrufe. Sind jetzt locker, wir posten eins am Tag. Also aus meiner Sicht, müsste man nachschauen, aber locker die Hälfte, die über 100.000 organisch bekommen. Wow. Und das ist, es geht um das Thema Pflege. Richtig. Das ist jetzt nicht irgendwie, da tanzen Leute irgendwie und im Hintergrund explodieren Dinge, sondern das ist Pflegepersonal, was aus dem Leben erzählt, was aus dem Job heraus erzählt. Damit werden Kunden gewonnen, damit wird aufgeklärt, es werden Mitarbeiter gewonnen. Das finde ich halt super spannend, weil innerhalb dieser ganzen Veränderung hat das auch dazu geführt, dass du die Möglichkeit hast, mit eigentlich trockenen Themen rauszugehen und auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und deshalb ist auch immer unser Anliegen oder wenn wir jetzt beispielsweise eine Marke aufbauen oder eine Strategie, wir versuchen, einen kompletten Markenkosmos zu kreieren, wo du die Leute reinholst und das sowohl sozusagen für Mitarbeiter als auch dann für Kunden funktioniert. So zusätzlich kann man aber natürlich auch mit den Plattformen selber Geld verdienen. Wir haben über diese Partnerschaft geredet, vielleicht kannst du mal sagen, was ist realistisch, mit wie vielen Followern kann man was verdienen, was zahlen eine Plattformen nochmal zusätzlich aus? Also wenn wir jetzt wirklich von dem reden, okay, was zahlt dir eine Plattform, dann ist eigentlich vorweg, wenn nicht dein Ziel ist, wirklich klassischer Influencer zu werden, im Sinne von, du willst dir eine ganz große Reichweite aufbauen, dann wird es sehr schwer, davon leben zu können. Also über YouTube kannst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, aber zum TikTok, also Instagram hatte solche Programme, hat es außerhalb der USA mittlerweile auch vollständig wieder eingestellt momentan. Da gibt es immer wieder neue Initiativen, dass die gerade für Kurzvideos dann irgendwie Geld zahlen im Endeffekt. Aber das ist ja auch was, wo TikTok eigentlich damit gestartet hat, jetzt mal fernab von YouTube-Lang-Videos, dass sie gesagt haben, hey, du machst zwar nur Kurzvideos, aber wir wollen dir trotzdem Geld ausbezahlen. Und so ging das los und dadurch waren alle anderen Plattformen gepressured, ähnliche Programme aufzusetzen, weil jeder ja natürlich den besten Creator für sich haben will. Und wenn man da direkt entlohnt wird, nur durch Views, ist natürlich super. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auf TikTok, ich kann jetzt mal wirklich einfach live reinschauen. Bei mir können wir hier den Screenshot einblenden. Ja, geh du mal gerne live rein, ja. Genau. Also bei mir sind das bei TikTok, ich kann ja kurz reden in der Zeit, wo du guckst, also bei TikTok sind es bei mir wirklich ein paar Cent. Da machst du auch, glaube ich, wesentlich mehr Views auf deinem Kanal. Hast du es schon? Ich habe es schon, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt seit, ich habe Dezember 2021 angefangen, also gute eineinhalb Jahre jetzt und habe 1262 Euro damit verdient. Okay. Also mein bester Tag, wo wirklich zwei Videos wie reingegangen sind, war glaube ich 30, 40 Euro, aber es gibt auch gut und gerne Tage, wo du ein, zwei Euro am Tag machst. Okay, das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Eine Sache darf man nie vergessen, man kriegt die Reichweite, also die App ist kostenlos, die Reichweite ist kostenlos. und wir bei TPA, wir gehen ja, man kann natürlich Ads schalten und so weiter, aber wir bauen nur Strategien, die organisch funktionieren, weil wenn organisch etwas funktioniert und du dann Geld drauf wirfst, bringt es viel, viel mehr, als wenn du irgendeine Head nimmst und Geld drauf wirfst. Also das ist unsere Erfahrung. Das ist so Beweis sozusagen, dass es organisch funktioniert und dann kannst du skalieren, wie du möchtest. Aber man darf nicht vergessen, das ist alles on top. Früher sind Leute für, wenn du sagst 30, 40 Euro, ey, früher sind Leute irgendwie Zeitungen austragen gegangen oder so, haben 30, 40 Euro bekommen, jetzt nimmt man ein Handy, macht ein paar Videos oder ein Live und kriegt genauso viel Geld. Bei YouTube ist es schon mehr und das ist YouTube glaube ich auch oder da hat YouTube schon immer so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, weil einfach diese Plattform basiert auf Werbeträgern. Das ist ein Videoportal, das größte der Welt, wo du dir kostenlos Videos anschauen kannst und du zahlst, in den du Werbung guckst und da ist es halt so, dein, sozusagen diese Umrechnung, also wie viel Geld du bekommst von Google oder von diesen Leuten, die Werbung schalten, hängt halt von deinem Thema ab und das ist nochmal ein Pluspunkt für alle Leute, die Educational Content machen, weil zum Beispiel Comedy hat einen geringeren CPM als Education und wir haben auf unserem kompletten Kanal ein 14er CPM. Wir machen mit Google AdSense im Schnitt 10.000 bis 12.000 Euro im Monat mit vier Long Videos und zwei Shorts am Tag und nur mit Shorts haben wir jetzt, klingt übelst wenig, aber wie gesagt, man darf nie vergessen, das ist on top, 83 Millionen Views, 3.200 Euro. Das heißt, die beiden Möglichkeiten hat man, du gehst den Influencer-Weg oder dieses on top Money, aber seht das wirklich als, ich sehe das so als 5%. Es ist, es kommt mit, aber mainly ist es halt, um deine Marke aufzubauen, die Leute in deinen Kosmos zu holen, Vertrauen aufzubauen. Alleine, wenn diese Podcast-Folge sich wirklich jemand gibt, 40 Minuten, wie wir über Social Media reden, wissen beispielsweise Leute, die bei uns arbeiten wollen oder Leute, die vielleicht auch Kunde werden. Ah, okay, so ticken die beiden, so reden die, verstehen die wirklich den Algorithmus. Ja, und um da nochmal zurückzublicken, das war damals auch echt der Grund, überhaupt diese Firma zu starten, weil ich habe diese Videos ja gemacht, weil ich es selber gelernt habe und dann haben immer mehr Leute gefragt, okay, der Typ checkt den Algorithmus und das war ja so diese Anfangszeit, da wollte ja auch keiner Creator sein, weil das ging nicht mit dem Handy und das hat aber diese ganze Medienagentur aufgebaut, weil so viel Interesse da war, deshalb bin ich sehr gespannt, wie viele Leute auch jetzt so diesen Talk eigentlich feiern, weil es unglaublich lange nicht passiert ist und damit würde ich sagen, können wir auch ein kleines Wrap-up machen. Das war jetzt einfach mal unsere Folge zum Thema Kurzvideos, zum Thema Reels, Short, TikTok. Felix, danke, dass du auf jeden Fall am Start warst, freut mich sehr. Sehr, sehr gerne. Leute, schreibt auch gerne mal unten drunter, wir hätten auf jeden Fall Lust, tendenziell öfters mal dieses Format zu machen, über bestimmte Themen zu reden, Strategien, Insights und so weiter. Wir sind sehr gespannt, was das Feedback ist und ansonsten, wer jetzt noch am Start ist, gerne mal in die Kommentare schreiben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann in ein, zwei Wochen sogar wieder. Macht's gut. Ciao.